Musik In vielen Haushalten sorgt in der kalten Jahreszeit ein altbekanntes Problem für Kopfzerbrechen. Die Bindung von Kondenswasser an den Fensterscheiben und die anschließende Frage, was kann man dagegen tun? Was mache ich gegen Kondenswasser am Fenster? Genau, im Zeitalter von Google und Wikipedia findet sich sicher rasch eine Lösung. Ich fürchte, ich weiß nicht, was du tun solltest. Ups, na wenn die moderne Technik nicht helfen kann, dann gibt es ja noch Freunde, die einem weiterhelfen können. Experten, Leute, die sich wirklich auskennen. Zum Beispiel der, der, na der Richard, der studiert doch. Richard, servus, da spricht der Niki. Du, ich habe ein kleines Problem und ich glaube, du kannst mir dabei helfen, du wärst zumindest meine letzte Hoffnung. Ich habe diese neue Wohnung seit zwei Jahren und jetzt im Winter habe ich genau das gleiche Problem wie letztes Jahr. Kaum ist es draußen kalt, habe ich literweise Kondenswasser am Fenster. Wie kriege ich das weg? Ja, aber wie man Kondenswasser vom Fenster wegkriegt, das erzählen sie uns auf der Uni auch nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir irgendwie helfen, kannst du einen Kollegen fragen oder so. Ja, ich werde mich schlau machen, okay? Ich melde mich, sobald ich was weiß. Das wäre super, perfekt. Gut, danke dir, Richard. Pfiat, tschau, tschau. Ja, passt. Tschau. Na was denn, Richard, so eine Herausforderung ist doch ein Klacks für einen Studierten. Und das Problem sollte man nicht unterschätzen. Außerdem fördert die erhöhte Feuchtigkeit die Entstehung von Schimmel im Fensterbereich. Dieser kann für Personen mit einem geschwächten Immunsystem, wie zum Beispiel ältere Menschen und Kinder, gesundheitsgefährdend sein. Ich glaube, ich kenne da tatsächlich jemanden. Na also, schon rattert das studierte Köpfchen, wie gut, dass es da einen Freund gibt, der einen Freund hat, der wiederum ein Freund ist, der Experte ist. Und zwar diesmal wirklich. Der ist so kompetent, der verkauft die passende Lösung sogar. Okay, also du hast einen Freund, der hat Probleme mit Kondenswasser am Fenster. Bei mir bist du goldrichtig, weil mit T-Strap kannst du das Problem lösen. Also das T-Strap-Heizelement, das erwärmt den Randverbund vom Fenster, damit wird der Taupunkt nicht mehr unterschritten und damit gibt es kein Kondenswasser mehr. Das Schöne daran ist auch, dass zwei Drittel der Energie werden als Strahlungswärme wieder an den Wohnraum abgegeben, sind also nicht verloren. Und im Winter hat man oft das Problem, dass die Fenster sehr kalt abstrahlen. Das fällt natürlich dann weg, weil die Wärme vom Fenster abgegeben wird wieder. Und damit wird das subjektive Wohngefühl in der Nähe vom Fenster sehr viel angenehmer. Sehr praktisch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man es montieren kann. Das Einfachste ist, dass man es direkt neben der Glasleiste hier aufklebt, einfach offen. Da sieht man es zwar, aber es ist sehr klein, es hat nur 3,8 Millimeter Durchmesser, also es ist fast unsichtbar. Man kann es bei Kunststofffenstern hinter die Glasleiste integrieren, die kann man runternehmen. Man sieht es, da habe ich es aufgeschnitten. Da läuft es dann hinter der Glasleiste durch. Oder man kann es mit der Alu-Design-Leiste machen. Das ist hier oben die Variante. Und die gibt es dann auch in verschiedenen Farben, auch nach Pulverbeschichtung. Die kann man dann machen lassen. T-Stripe kann bei neuen und alten Fenstern eingesetzt werden. Die Montage kann man dem Fachmann überlassen, ist aber so einfach, dass sie auch selbst durchgeführt werden kann. Sag aber, ist die Wirkung von T-Stripe belegt? Ja. Und zwar 2010 hat das IBO, das Österreichische Institut für Baubiologie und Ökologie, T-Stripe getestet. Und haben herausgefunden, dass durch den Einsatz von T-Stripe die Kondensatbildung und die Schimmelbildung zu 100% ausgeschlossen werden kann. Und das Schöne daran ist auch, dass zwei Drittel der Energie werden an den Wohnraum wieder abgegeben. Das ist rechnerisch belegt worden. Einmal installiert, wird es automatisch über ein Thermostat gesteuert. Damit ist die Effizienz gesichert und die Energiekosten werden auf das Minimum reduziert. Reagieren Sie möglichst schnell. Kondenswasser beschädigt Ihre Fenster und Schimmel kann Ihre Gesundheit gefährden. Lüften Sie kurz und regelmäßig. Dauerlüften verschlimmert das Problem. Wichtig, elektrische Arbeiten nur vom Fachmann machen lassen. Richard, servus. Hast du die Lösung für mich? Ja, und zwar gibt es Fensterheizungen von der Firma T-Stripe. Die gibt es im Internet unter www.t-stripe.com Fensterheizungen der Firma T-Stripe? Okay. Das ist ganz einfach zu montieren. Oder du schaust dir an, welche Montagepartner die anbieten. Aber damit bekommst du dein Kondenswasserproblem in den Griff und du hast auch keine Schimmelbildung mehr. Das ist genial. Und das funktioniert? Ja, funktioniert. Ja, perfekt. Na, da freue ich mich. Ja, das ist aber cool, weil meine Nachbarin hat genau das gleiche Problem. Darf ich dir eigentlich deine Nummer geben? Na, empfiehl mich nicht weiter. Na, danke. Na, baba. Na, was war das denn? Da will man einem armen Studenten ein bisschen Praxis verschaffen. Tja, und dann, statt dass er sich freut. Tja, und dann, statt dass er sich freut.